So, wir laufen wieder und haben uns überzeugen lassen, noch bis Mark da zu machen. Wieso bin ich nicht bei euch? Weiß ich nicht. Weil du von woanders getaunpottelt bist? Na scheinbar, aber ich dachte, wir wären an der gleichen Stelle in dieser Stadt gewesen. Ich bin mir sicher, dass ich in der Stadt war. Ist es denn da, wo du hingeportet wurdest gefährlich? Nein, dein HP scheint noch gut zu sein. Ich bin schon wieder bei uns. Ich habe nur auf dem Porträt geguckt, ob sich die HP bewegen. Ich bin hier hinten im Fight, also tatsächlich mal. Laser. More lasers. Nein, einer wird nicht erwischen. Ja, hier sind halt noch zwei, drei... Es war nicht so einfach. Oh, hallo Prisoner. Ich habe dich nicht gesehen, sonst wäre ich früher angesprungen gekommen. Achso. Lauf immer auf Hardcore, läufst du immer weg in die Richtung, wo die Monster herkommen. Ja, ich dachte, ihr seid bei mir, also gerade wart ihr das halt noch. Daher. Alles gut. Nee, wo wir herkamen. Ich habe mich da reingeportet, ich habe mich nicht, also ich habe mich hier hingeportet. Achso, du wüsst nicht, wo wir herkamen. Ich habe mich nach da bewegt, also es ist nicht so, dass ich mich groß bewegt hatte. Da waren halt nur auf einmal der Laser, daher musste ich mich bewegen. Leck ohne Ende gerade, ey. Gut. Ich sehe schon, komm tot durch den Lä. Tret dich doch nochmal um, bitte. Ich habe leck, ich kann nichts machen gerade. Ich sterbe gar nicht. Hallo. Zivilist. Befreie dich, ich bin ein Retter. Wollen wir schon sagen? Ja. Find the Lair of the Witch. Wir sollen, puh, wir sollen machen, bis sie umstirbt. Dachte ich, gehst du mal ein bisschen mehr rein und es hat sich nicht so richtig sofort ausgezahlt, will ich es mal so formulieren. Wie viel hast du noch bis Level 10? Nicht mehr viel. So, ein Kästchen und ganz wenig. Hier ist auch noch ein Keller, in den wir rein können. Die Keller lohnen sich aber, glaube ich, kaum, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich finde hier noch immer 1000 Papier toll. Nur dieser Keller hat sich nicht extrem gelohnt. Da sind halt nur weitere Gefangene drin, glaube ich. Die interessieren uns nicht. Wir sollten acht Stück befreien. Alles darüber hinaus ist uns egal. So ist recht. Es sei denn, wir kriegen für die Befreiung klingende Münze. Meint, die Mark da droppt auch ein Legendary? Äh, nee. Das ist kein Aktendboss. Also die Chance ist immer da. Zwei Prozent. Oder so. Genauer gesagt, 18.500 von 19.200. Also 700. Was? 18.500 von 19.200? Ja. Sind es 700? Hab ich. Was? Achso, XP. Ich habe 18.500 XP. Ich dachte, es geht um Legendary Drops. Ja, ja. Ich hatte 18.000 gerade. Kommen hier nicht irgendwelche Freunde von ihr? So Bersis kommen gleich. Auch andere Freunde, die machen aber scheinbar nichts. Kann ich die auch mal angreifen? Ich mache das mal. Oh. Der Bersi macht was. Wow, 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 wow. Was war jetzt? Nee, ich hatte nur ein bisschen, ein bisschen Leck. Alles gut gemacht. Die droppt überhaupt nichts. Das ist sehr enttäuschend. Doch. Das ist noch was. Ja, Level 10 bin ich übrigens. Aber was mache ich denn hier? Das wollte ich doch. Boah, zwölf Prozent Damage, von dem ich mit diesem komischen zwei bis drei Damage ringe. Egal, ich ziehe gelb an. So, was ist das? Super. Was ist das? Super. Gibt es hier direkt mal einen Sockel in die Brust. Diamant. Sechs auf alle Resis. Fett. Was habe ich denn da gemacht? Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch, obwohl ich zehn Prozent Damage verliere, einen gelben Ring anziehen. Ich musste gerade ein bisschen auf meinem Stuhl hin und her rollen. Entschuldigung, wenn das laut war. Guck mal, wie erfolgreich unser Tag heute war. Spielen wir hier noch gerade was? Weiß ich nicht. Noch ein bisschen weiter machen. Also jetzt die fünf Minuten Mark da, die waren ja auch nicht der, waren es jetzt auch nicht. Ja, machen wir noch ein bisschen. Mit Aschia sprechen. Ich mach dann mal. Wo seid ihr? Ihr wartet darauf, dass einer von euch leuchtet, dass er mich hinporten kann. Achso, da. Hallo. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oops. erst mal den palast ausräumen so ist recht dranken ist auf K Achtung beware dranken ist auf K ja dranken ist dranken hat gern connection lost gar nicht mal so gut im hc-game das natürlich ja ja hört man ich habe ich möchte viele legs gerade du meinst wir sollten heute vielleicht nicht B ideal machen das hat er eh noch oder sicher dauert das noch ein Ring ich habe noch keinen Ring was war das? 25 Uhr oh hier ist ein Pack Pack? oh da ja hier unten sag doch dass es so direkt am Eingang ist wieso bist du sag mal es konnte noch passieren die Chance ist da nein alles gut ich werde jetzt mal Blast Shield versuchen als ich runter gehüfft bin waren die auf einmal da es gibt eine zweite ich habe keine Ahnung was am besten ist mehr Wrath Wrath und ich habe jetzt dass meine Schreie wenn ich schreie so schreist du wenn die Kriegsschreie vom Barbaren dann generiert ihr für 1% Leben immer wenn du schreist oder passiv dann irgendwie ich weiß nicht ich weiß nicht das soll ich mal so trennen lässt ich habe ein bisschen Angst noch vor dem oh die falsche Richtung geblendet doch ein Bossfight Bossfight ist übertrieben oh ne 4 Scham talk to aria in the hidden camp was gab es da tolles boah ein Gürtel mit Life Rack cool geile Schuhe du hast geile Schuhe gekriegt? mhm das habe ich schon 1100 HP und ich habe einen und noch gute Armschienen gekriegt ach jetzt kommt dieser ganze Oasen-Kram ne? ja können wir vielleicht doch heute Schluss machen für heute Schluss machen? ja das können wir machen also das heißt nächste Session wird es dann auf jeden Fall also nicht auf jeden Fall aber wohl hoffentlich den Belial-Kampf geben und vielleicht kommen wir sogar bis zu Asmodan bis dahin tschüss bis dahin tschüss bis zum auch auf jeden Fall и Fig acontecendo bis zum H у